Na, da geh ich mal nicht lang. Und was macht der? Ich weiß noch nicht was. Scroll of Teleport. Das klingt tatsächlich mal nützlich. Ich kann den nur nicht mitnehmen. Was macht der denn überhaupt für eine Bombe? Kann ich damit Dinge ausspringen? Ich muss mich jetzt mal interessieren. Entschuldig. Nein, okay. Okay, wir können damit keine Dinge ausspringen. Oh, wow. Einer rein hätte auch gereicht. 3 AC Speed Minus 1. Was macht der? 1 AC. Ne, Speed ist mir dann doch mal... Das war jetzt richtig gar nicht mal so gut. Dafür sind Bomben gut. Wieder was gelernt. Wieder was gelernt. Mit. Da gehen wir mal nicht lang. So. Schön vorsichtig weiter. Richtig. Purple Potion. Oh, 3 AC. Nein, ich muss natürlich... Das Ding mitnehmen. Leben habe ich noch vor. Können wir rausfinden, was Brot macht. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Toll. Stimmt, Brot hat so ewig viel gemacht. Und wenn ich es vorhin schon mal genutzt habe. Gut. Das war natürlich ein bisschen... Das ist bei High Vision durchlassen, Hatz. Mal Hatz, ja. Mal Hatz, ja. Nein, die passen nicht mehr an die Methan. 2 AC, das hat 1 AC. Dann, mal weg mit der Kenzer. Ich hätte gerne den anderen Helm. Kann ich den anderen Helm bitte haben? Nein, ich kann nicht den anderen Helm haben. So, Helm. So, jetzt kann ich in 3 Richtungen gehen. Ich gehe mal nach da. Das läuft doch ganz gut. Halt die Schnauze, sag nicht solche Sachen. Das darf man nicht sagen, das läuft scheiße. Aber ich bin, ich weiß nicht, bin ich schon mal in die 3. Etage gekommen. Ist da wer? Ist da wer, habe ich gefragt. Ja, da ist wer. Einen Apfel, den brauche ich. Apple. Ich will aber keine Apple-Produkte nutzen. Äh. Fuck. Was werfe ich denn jetzt noch weg? Hm. Kapute Waffe brauche ich. Die ganzen Waffen brauche ich auch. Werfen wir mal das da weg. So, du bist der zweite, ne? Dann habe ich noch gar keinen Fortschritt heute gemacht. Ja. Ja, raus. Brauche ich nicht. 3 AC. Manche plus 1. Das wird immer besser hier. So, es gibt noch richtige Rüstungsteilteile. So, den Apfel nehmen wir auch noch wieder mit. Sterne, Sterne. Das ist noch nochmal ein Sterne. Hm. Das ist ein Apfel. Den nehme ich mal für später auf. Was ist denn noch ein Apfel? Oh, Junge. Das ist geil. Das ist guter noch auf Ex, weiß nicht. So. Gucken wir mal, ob wir hier noch mehr finden. Du findest den Tod. Den muss ich immer noch in Dings besiegen. Ähm. 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 Pixel hier was. By the magic. So. Die Nicht-Magiers sind gar nicht mal so schlimm. No room. No room. No room. Fire Bomb. Ähm. Das ist nur platztechnisch ein bisschen schwierig. Ich glaub ich schmeiß mal. Ich weiss mal die Bombe mal. Hallo? öffnen die ganzen mitnehmen und die feierbombe jetzt gleich mal wieder abwählen damit da nicht gleich ein unfall passiert ich kenne mich doch ich weiß dass sie bei mir bomben in die hand gibt ich benutze sie guter zeitpunkt einen apfel zu essen stirbst du mal was haben der feuerbombe zünden wir jetzt nicht möglichkeit geteilt wir brauchen normale bomben gibt es ehren lassen uns mal ein trinken wird bestimmt toll gilt mir wahrscheinlich ich nicht vorher schaffe mich zu kennen was sollte geblendens feinst dies das ding brauche ich auch kursi das jetzt schon benutzt hat halter 35 ich wusste dass er so heftig heilig ist nicht benutzt das ist magic noch ein schwert jetzt sind natürlich auch keine gegner schön darüber geredet haben wo sich gegangen wird das sah schon so komisch aus ich brauche ruhm ich brauche noch so eine arrow bomb weg ich nehme noch ein schwert mit gut ich bin nicht mehr desintetiert und habe die gesamte heilung sinnlos verfeuert verfeuert ich habe ordentlich party gemacht ich mache einen trink mit meinen freunden aber ich habe keine freunde deswegen habe ich nur getrunken die platz würde ich benutzen ich kann mich noch daran erinnern was in der falle war also zumindest auf dem weg oder jetzt wird zurückgehen nicht mehr muss ja nicht an alles ändern ich muss mal wieder sterben sterben movement speed charge attack power with melee and range nicht mehr wie man das dann war jedoch schweig das war vielleicht dann noch geht es silber ich nehme zu händelst du das ist gebogen ich bin auf dem bogen ich bin wirklich nicht so gut weggekommen das ist ein schleim in meiner schüssel oder sagen dass meine schüssel aber was können wir diesen büchern machen also mitzunehmen feuerbomb verschlagen nicht drauf da schlagen wir mal das goldblatt übersehen ok ich werde teleportiert alles klar exzellent lederpilz 3 ac ich habe null ac das ist die feuerbombe stehen da so drauf nichts 12 ac defense 6 ja aber hallo mit dem schlott themen was ordentlichen wird schon böse wirklich so neue hose neue rüstung das ist doch schon mal was jetzt komme ich über diesen teleporter drüber wenn ich ja ich muss nur weiterlaufen ok noch mehr fassen die papier kann ich nicht mitnehmen gut dann war ich hier überall dann geradeaus und rechts hier fiel die bogen hatte so jetzt kommt nichts ist ja gleich irgendwo ein seine war schon so lebst du noch ich habe die alles getötet noch mehr waffen Gut, ich nehme mal eine von jeder Bombe mit. Kann ich noch Waffen mitnehmen? Erstmal Waffen einstecken. Ich trage 2000 Tonnen Waffen bei mir. Ist doch eine Handelssimulation, oder? Das Ding ist jetzt erstaunlich lange. So, jetzt weiß ich alles nicht, was diese Potions alles machen. Ich möchte aber auch die Waffen nicht wegwerfen. Miet. Ich nehme mal lieber den Apfel mit, da weiß ich, was er macht. So, Sevelle. Das ist ein explosive Ding. Sevelle. Ich weiß noch nicht. Neuer Rekord. Rungenschapf. Dungeoning. Ihr greift mich gar nicht an. Ja, geil. Get book, get book, get note. Ich habe keinen Platz für notes. Ach, das ist hier. Freundlich. Geh mal hier, Gold. Hey, buddy. Did you meet my brother, Jeff, outside? I'm Jeffs. The night most important rule of business is to bolt. So, I'm running our startup location down here. All of our weapon and magical artifacts are locally searched. Ne, ich glaube, ich bin halt lieber meins, so. So, stop. Sind wir als ein Visitor? Yes, we do. So, you look like a traveler of the deep roads, but it's not on the sun like the others. There's a, Kokoreos. Long ago he watches us, like you dig deep into the earth, yeah. Disturbing, so the witch shouldn't, yeah. Anyway, das ist hier der Story. Perhaps you wouldn't like to train steel. Nein, ich möchte eigentlich gesagt nicht. So, Trish. So. So, back then. My backside's ex-queeze? Nein, wo denn? Build expansion? Oh. Ah. Build it on. Das ist aber nicht gerade das Zeug eingeschlügt, oder? Nein, gut. Ich kann auch zurücklaufen, alles gleich. Ich kann mich hier also umschauen. Okay, das kann ich glaube ich nicht zerstören. Hier haben wir Mine, hier haben wir Ich habe doch da was gesehen. Shield of Eagle. Ja, wo kommt denn das hin? Da kommt das hin. Oh, geil. Ich habe ein Schild. Ich habe ein Schild, Leute. Ich habe ein Schild. Ich habe Zahnräder. Da geht's down. Ich gebe mir die Note. Note. I fall behind you. Work from the top is set as a manor to work extra shifts to make up for the last time. You can tell them I don't want Here from me. Länge Arbeit ein bisschen ist scheiße. Also zumindest wenn du richtig anschlussvolle Arbeit hast. Das soll ja auch Menschen geben, die Spaß an Arbeit haben. ein paar kleine Gefäß gibt es immer. So, was haben wir da noch so? Kisten, Kisten, Kisten. Hm, okay. Was haben wir da noch? Nichts. Dann zurück. Die Note habe ich noch nicht gelesen. Note, I'm using the missing group. We check it outside and things look clear. Maybe they start back home. Okay, die suchen wir jemanden. Äh, ja du. Shop himal. Back expansion. Yes. Back size is increased. Fuck. Ich habe nicht genug Geld. So, was haben wir denn hier noch so? Hier haben wir Geld. Hier haben wir Danger. Gehen wir nochmal vorsichtig weiter. Enter the pit. Okay. Ist das so erhöhtes Schwierig? Hm. Mhm. Ja, doch. Okay. Alles klar. Ist das so erhöhter Schwierigkeitsgrad oder? Was soll mir das sagen? Äh. So, noch mehr Platz bitte. Äh, was? Heute Streaming? Ja, morgen ist Feiertag. Bin davon ausgegangen, dass du heute hängst. Ich bin von der Geburtstagsfeier gestern. Ja, nachdem ich gestern gestreamt habe. Äh, was geht es da für einen Blitzel? Wusch. So. Ich hätte auch Feiertag schon gestreamt. Ich gehe mal nicht ins Pit, sondern nehme mal die Leiter. Scheint mir sicherer. Cave 1. Cave 1. So, außerdem habe ich das gestern noch gesagt, dass ich heute streame. Okay. Hier haben wir dann Zombies. Ich bin nicht ganz sicher, was das sein soll. Ich habe Probleme mit seinem Kopf, auf jeden Fall nicht aussieht. 1, low.